Landauf, Landab. Wintergeschichte aus der Schweiz. Nicole Bircher nimmt sie mit auf eine Entdeckungsreise in Spintal und auf Simplon. Wildromantische Natur und Höheluft. Es ist ein Freiheitsgefühl, ich kann es wirklich mal abstellen, das ist voll im Moment drin. Landauf, Landab. Am Mittwoch, am 5 vor 8 Uhr auf Sat.1 Schweiz. Landauf, Landab mit Transat. Travel und Outdoor. Le Petit Chevrier aus 100% Schweizer Geissmilch. Und Swiss Military Hannover Uhre.